479 v. Chr., als die persische Armee die griechische Stadt Potidaia belagerte, wich das Meer viel weiter als sonst zurück und machte den Weg für eine Invasion frei. Doch dies war kein Glücksfall, denn auf halber Strecke kam das Wasser in Form der größten jemals gesehenen Welle wieder und ertränkte die Angreifer. Die Potidaianer glaubten Poseidons Zorn habe sie gerettet. Doch es war wohl das gleiche Phänomen, das schon unzählige weitere Opfer gefordert hat. Ein Tsunami. Tsunamis werden zwar als Flutwellen bezeichnet, haben aber nichts mit Gezeiten zu tun, welche von der Schwerkraft von Sonne und Mond bewirkt werden. In vieler Hinsicht sind Tsunamis nur größere Versionen normaler Wellen. Sie haben Wellental und Kamm und sind kein Wasserfluss, sondern der Fluss von Energie durch Wasser. Der Unterschied ist, woher diese Energie kommt. Bei normalen Wellen stammt sie von Wind. Da dieser nur die Wasseroberfläche aufwirbelt, begrenzt das deren Größe und Geschwindigkeit. Tsunamis hingegen werden von Kräften Unterwasser ausgelöst, wie Vulkanausbrüchen, unterseeischen Erdrutschen oder am häufigsten Erdbeben am Meeresgrund, wenn sich Erdplatten plötzlich verschieben und dadurch riesige Mengen Energie ins Wasser freigeben. Diese wandert an die Oberfläche, verdrängt das Wasser und drückt es über den normalen Meeresspiegel. Doch die Schwerkraft zieht es zurück und so breitet sich die Energie wellenförmig horizontal aus. So entsteht ein Tsunami, der sich mit über 800 kmh fortbewegt. Fern von der Küste ist ein Tsunami schwer zu erkennen, da er sich durch die gesamte Wassertiefe bewegt, doch beim Erreichen von Flachwasser tritt der sogenannte Schowling-Effekt auf. Da er sich nun durch weniger Wasser bewegt, wird die gewaltige Energiemenge komprimiert. Die Geschwindigkeit der Welle nimmt ab, während ihre Höhe auf bis zu 30 Meter ansteigt. Das Wort Tsunami, japanisch für Hafenwelle, stammt daher, dass diese scheinbar nur in Küstennähe auftreten. Erreicht zuerst das Tal eines Tsunamis die Küste, zieht sich das Wasser weiter zurück als normal, bevor dann die Flutwelle auftrifft, was sehr tückisch sein kann. Tsunamis töten in Küstennähe nicht nur Menschen, sie walzen vor allem bis 1,5 Kilometer Land einwärts Häuser und Bäume in tiefliegenden Gebieten nieder. Obendrein reißt das Wasser beim Zurückfließen die dadurch entstandenen Trümmer sowie alles und jeden in seinem Weg mit. Der Tsunami im Indischen Ozean im Jahr 2004 war mit über 200.000 Todesopfern eine der tödlichsten Naturkatastrophen aller Zeiten. Wie können wir uns also vor dieser zerstörerischen Naturgewalt schützen? In manchen Gegenden versucht man die Tsunamifluten mit Dämmen, Schleusentoren und Kanälen umzuleiten. Das ist jedoch nicht immer effektiv. 2011 überwand ein Tsunami in Japan den Schutzdamm des Kernkraftwerks Fukushima, löste eine Atomkatastrophe aus und forderte über 18.000 Menschenleben. Viele Forscher und Behörden setzen daher auf Frühwarnsysteme, die den Unterwasserdruck und seismische Aktivität messen, sowie auf den Aufbau globaler Kommunikationsnetze zur schnellen Alarmierung. Wenn die Naturgewalten zu mächtig sind, um sich ihnen entgegenzustellen, geht man ihnen am besten aus dem Weg. Unstillbarer Wissensdurst? Abonniere unseren Kanal und befriedige deine Neugier!